dass du mit LoL aufhören stolpern wirst. Ja, ist trotzdem ein Ahram. Ja, Digga, trotzdem. Du musst doch nicht trollen. Es ist ja trotzdem frustrierend, wenn du ja eine halbe Stunde spielst und dann jemand einfach so kacke macht. Ja, trotzdem ein Ahram. Jetzt hab ich mir nicht den Tank-Pod gekauft, sondern einen Hut auszusehen. Wichtig, wichtig. Warum gibt's denn den hier? Oh, Z! Ja, ich hab's verstanden. Schöne Ult, Quang. Schöne Ult. Wann ich bin wieder tot. Ich glaube, wir verlieren das wirklich noch, wenn Tobi jetzt hier nicht irgendwelchen wilden Shit noch macht. Oh, das war halt... Oh, oh, oh.